Jawoll, da ist es der Kompass. Hier stehen Pfeile, okay. More energy. Ähm... So, noch mal ein bisschen... Äh... Die ist schon mal weg, von der habe ich schon. Au... Den hatte ich auch schon. Genau, und du gehst auch weg. So. Schön. Ähm... Hm... Irgendwie lassen die keine Dings mehr fallen, oder die können tatsächlich nur eine goldene Feder fallen lassen. Ist weg. Hm... So... Da brauchen wir den Schlüssel. Und da geht's weiter. Yes. In diesem Raum sind zwei Drohnen, okay. Äh... Ach, das war der Spaß. Dün, 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 dün... Hack, 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 hack. So, ähm... Quatsch. Äh... Wir wollen... Das ging jetzt auch mit dem Hammer. Dann brauch ich mir ein paar Bomben. Dann ging nicht. Dann brauch ich die Bomben. Nein. Hm, dann kann ich mehr als drei Bomben gleichzeitig legen. Okay, das wusste ich auch noch nicht. Okay. Okay. Ah, natürlich. Es trifft nur jeder zweite Pfeil. Warte. Warte. Danke. Geh weg. Ähm... So... Und... Ähm... Ich dachte, das sehe ich doch. Was zieht die so schnell? Kann ja vom letzten Mal nicht. Was zur Hölle? Okay. So... Ach, wie war das jetzt? Ähm... Ich muss mit denen hier unten auch noch irgendwas machen. Das ist überhaupt nicht nervig. Von, 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 du, was vorhin. Ähm... Hm... Geh mal weg. So... Dann, 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 dann. Ja... waren die eigentlich im Original auch die ganze Zeit aktiv. Das geben ihr Tier auf dem Geist grade. Wow... Dankeschön... Hier kriege ich jetzt den Schlüssel. Da hört das auch auf. Ich glaube, da waren auch noch... Oh, hier war dann auch eine Truhe. wuch aha au woher kommt so war das also aha nu ha ich hätte es gedacht jetzt taucht da um die Truhe auf oder ich muss jetzt wieder hier raus sein was wie lasse ich diese Truhe erscheinen ich mache mir die ganzen Dinger hier kaputt hm eh wie war das noch ich meine ich trau aus dem Spiel zu dass man einfach die ganzen Dinger kaputt machen muss hm oder ist hier noch irgendwas Schalter irgendwo da unten ist irgendwo ein Schalter Moment ach Schleime natürlich perfekt der Zeitpunkt hier ja 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 man muss alles kaputt machen und bei jedem Spawn andere Dinger klar spiel du bist ein Arschloch beziehungsweise bei Nintendo sind irgendwelche Arschlöcher am Arbeiten gebe doch nicht ok dann spawnen wir halt auch noch die letzten deshalb sind auch so vier Dinger hier man spawnt einfach die ganzen Kram nur so wenn man alles kaputt hat dann taucht die Truhe auf Bullshit da 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 weg so ja das ist alles komm her Schleim mal hier einsammeln ich glaube den kann man irgendwann noch verkaufen weiß gar nicht konnte man das Zeug auch einfach verkaufen ja stimmt bei Terry kann man den ganzen Kram verkaufen zur Notfalls muss man es nicht mehr brauchen weil ich brauche die ganzen Schleim nicht ich habe Omas Suppe Omas Suppe ist awesome so ich rücke irgendwie immer näher ans Mikro schlimm ach ich werde mich ein bisschen entspannter mal hinsetzen und da haben wir die Schatzkarte für diesen Tempel Dankeschön danke 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 für diese Schatzkarte so wir haben auch den Schlüssel den Schlüttel man sieht schon man muss auch mit Dings hier hin den wir jetzt irgendwann auch mal befreien ah Miniboss ok wir kriegen hier das Item es war das denn hier was war das denn hier Ach nö Church hey der große Big Boss ich bin natürlich auch zu machen Guck mal her ich kann her zwei Stadt beschwören Ja, der beschwert jetzt die ganze Zeit Viecher Äh, wo ist der Big Boss? Ich kann einfach nur verhindern, dass er gerade Sachen beschwört, er hat was beschworen Ach nö, nicht die Dinger Alter Okay Okay Chaos Nein, machst du nicht Äh Nervensäge Das kann richtig Juli werden, der Kampf, ganz ehrlich Weil der einfach mal tierisch viele Viecher beschwören kann Wenn man dann so zwei so Ritter hat und da noch vielleicht so einen Schwarm Fliefzeug dabei Das macht Spaß Yay, den Internaten Den ich diesmal ziemlich cool designt finde, ehrlich gesagt Also in Windraker finde ich den ziemlich cool gemacht Yay, jetzt krieg ich noch einen Ritterbau So Okay So Gehen wir mal hoch Der reagiert auch schön schnell, dass ich es sehr angenehm finde So Gehen wir mal hier raus Ist hier eigentlich noch irgendwas in dem Raum Hier ist nicht mehr meine Truhe drin Ne Hier ist gar nichts mehr So Also einmal raus hier So Ich weiß gar nicht, ob ich die damit auch killen Ja ist okay Kann ich so ran ziehen Sehr schön Sind noch schneller zu besiegen Wo sind die denn? Have gehn Oh Ai Es ist nicht so Ich admissions nach Er ist gar nicht so Wenn das funktioniert Das ist gar nicht so da geht es auch so muss ich mich gerade ein wenig konzentrieren weil die tüte sind zielen wollte so und jetzt wieder hoch müssen da kommt so naja ich höre ich schon nervig ich mache mich die musik in dem tempel was ich warum ein spiel dabei ist ja schön ich fette mir gerade mal so auf ne stirb so jetzt muss man da rüber doch nicht wo geht es jetzt hin jetzt darüber und dann geht es darüber kombination of items herrlich das richtige drücken das ding sieht übrigens sehr seltsam aus jetzt los lassen so 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 ich hoffe ich brauche nicht die doch ich brauche ich brauche dafür tatsächlich das verdammt blatt ich hasse die seite ganz ich mag das blatt tatsächlich nicht sehr gerne ich weiß nicht warum es eingeführt wurde es ist total bullshittig es ist danach auch glaube ich nie wieder aufgetaucht ne es gibt es tatsächlich nur hier ist wind waker exklusiv oder gibt es das in den ds teilen die ball die ds teile habe ich nie gespielt und zelda und zelda also spirit tracks und die ds teile habe ich weiß nicht mehr so 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 ich weiß gerade echt nicht mehr was ist das warum weiß ich das nicht mehr hm vielleicht die gesamte ich nie gespielt habe dass ich es nicht mehr weiß mir fällt der namen gerade tatsächlich nicht ein was ich gerade schlimm finde wie hieß das scheiß spiel da da rätsel ich jetzt nur eine halbe Ewigkeit drüber oder ich gucke gleich nach so was haben wir jetzt eigentlich Uhrzeit technisch hm keine Uhr zur Hand so aber das dürfte ja wohl gehen dankeschön stirb so hm das hat nicht gerade viel aufgefüllt so hä? ich stehe gerade nicht da durchfallen das sah gerade sehr komisch aus so jetzt ziehen wir das Ding mal alter Freund ja es muss schwer sein ich stelle mich noch nicht direkt da vor ziehen wir die Schuhe an die wir vorhin in unserem Inventar hatten natürlich so und in dieser Truhe haben wir ein Glücksamulett spiel ich fühle mich langsam verarscht aber okay so ähm 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 wie komme ich denn jetzt darüber komm ich so weit mit dem Blatt komm ich so weit mit dem Blatt ich hoffe mal nein ich habe den falschen Knopf gedrückt jetzt darf ich wieder hochklettern ne halt ich brauche denn eh hier unten das heißt wir wollen ihn kurz mal runter und hab eigentlich den einen Raum noch aufs Grasen Spreng ich weiß nicht was passiert wenn er unten aufkommt ich trau dem Spieler zu dass er ich dann plötzlich Schaden kriege so lalalalalala und flupp yes na da so und flupp oh noch einmal yes okay das sah gerade sehr strange aus aber ist in Ordnung so die Platte können wir noch nicht weg machen hier unten habe ich jetzt aber auch alles erledigt ne äh äh achso da muss ich da runter ähm ich muss jetzt erst mal mhm ah dieser Tempel dieser Tempel na komm Ventilator gehe an bring mich so hoch wie möglich und ich würde mal sagen und ich würde mal sagen als erstes mal zu dieser Truhe da ja äh aber auch nicht nee 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 wunderbar da kannst du warten ja mhm mhm nee nee glücksamolett ich wette es sind genau 20 in jedem fucking dungeon insgesamt mhm mhm wir sehen uns ein bisschen rum es geht mit ihm hier um einiges angenehmer weil er halt permanent fliegen kann mhm ich kann mich einfach hier um drüber latschen so da ist eine Türe die führt auch zu einem Schuh und zu einer Truhe auf jeden Fall das heißt wir wollen hier als nächstes hin ok das heißt ich will jetzt auf den nächsten Wirbel warten wird er auf jeden Fall lang genug anhält na komm ich könnte noch ein bisschen Energie gebrauchen eigentlich so oh je nee keine Pfeile magische Energie keine Pfeile magische Energie what the fuck ich hab 99 Pfeile danke danke Bomben hab ich auch genug danke magische Energie dankeschön ich könnte meinen jetzt kommen nochmal inzwischen Boss so was haben wir denn hier drin ok oder Mini Boss ich muss sie erstmal hier ich muss sie erstmal hier hey 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 wir geht man auch so jetzt hab ich sie alle schön längermaßen im Rhythmus Dann erwischt. Ah, die sind perfekt im Rhythmus. Sehr schön. Und einer ist kein Problem. So. Zapp. Wunderschön. Wenn wir die so ein bisschen umkreisen, dann ist das alles gar kein Thema. So, das geht auf. Das geht auf und wir haben eine weitere Truhe. Wie ist es egal? Gegenüber ist dann noch ein... Gebiet, wo wir auch noch rein können. Ein Schlüte. Perfekt. Ein Schlüte, ein Schlüte, ein Schlüte. So, schauen wir mal. So, wie mache ich das denn da drüben? Das muss ich irgendwie aktivieren. Das ist wahrscheinlich irgendwo ein... Ding ist in der Nähe. Ein Salter. Ein Salter. Ein Salter. Dort waren wir schon. Ähm... Ich dachte, ich bin groß. Drüben, jetzt da in deinem Raum. War ich schon drin? Okay. Achso, die... Ne, liege ich übereinander. Ähm... Ich denke mal, da muss ich ihn für den Master schützen. Hm, das ist... Ach nee, da komme ich, glaube ich, wieder her. Ich muss... Ach, jetzt weiß ich, wo ich ihn muss. Ah, klar. Logisch. Ich weiß, wo ich ihn muss. Ich weiß, wo ich ihn muss. Ich weiß, wo ich ihn muss. Ich muss wieder zurück. Gut, dass man hier auf der Seite stehen kann. So, hier muss ich, ne? Ähm... Das dürfte der richtigen Hingang sein. Und reingelenkt. So, komm mit. Komm mit. So. Natürlich bist du jetzt hier. Und da war ich... Ja, ich... Weiß. Was man das kann und du hast... gerade dafür gesorgt, dass... Wo ist er? Geh weg. Kommt auch wieder auf. Da kann ich abfackeln. Geh weg. So. Na. So. So. Ja, die kommt sehen gleich nach. So. Na, komm. Moment, jetzt bin ich hier. Ja, doch. Ist richtig. Ist richtig, ist richtig, ist richtig. Wie ist Alice korrekt? Ich hatte gerade ein kleines Ding wieder, aber das ist okay. Du schießt gefährlich an die Klippe, mein Freund. So. Komm her. Wir gehen hindurch. Ok. So. ila. Vielen Dank.